Tracks November, Dezember 2019, ab 8. November mit Youngtimer-Wandplaner im Abo und im Handel. Darin, das Imperium schlägt zurück. Fahrbericht mit den neuen John Deere 8RX, 8R, 8RT und 7R. Traktionsverstärker. Klaas Aktion 960 TerraTruck im Fahrbericht. Russland holt auf. Der neue Rostelmasch RSMF 2650 in Gras und Mais. Hochdruckgebiet. Arbeitsprobe mit dem neuen New Holland Big Baler 1290 HD. Geschlossener Kreuzschnitt. Raps- und Maisstoppeln bearbeiten mit dem neuen Kultro 3 TC und Kultro 12 TC von Horsch. Erster FC Rot-Weiß Rimbach. Lohnunternehmer Jürgen Grimbach setzt voll und ganz auf Steyr-Power aus Österreich. Messen und Entscheiden. Wetter- und Sensorstationen im Überblick. Neue Dimensionen. Marktübersicht Mähdrescher auf 10 Seiten. Drehzahl runter einfach so, weshalb niedrig Drehzahlmotorkonzepte dem Downsizing ein Ende setzen. Abenteuer Südamerika. Auf Videodreh in Argentinien, Brasilien und Chile. Dazu finden Sie im Heft die wichtigsten Neuheiten der Agri-Technica 2019. Und gratis mit dabei der Traction XXL Wandplaner 2020 mit tollen Youngtimer Traktoren. Diese und weitere exklusive Themen und Meldungen ab 8. November im Abo, im Handel oder als digitales E-Paper zum Download.